So, mein Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Grounds. Wir sind immer noch dabei, das richtige... den richtigen Gegenstand hinzukriegen. Mit Hilfe von den Maschinen. Chemie. Alchemie. Ich weiß es nicht. Das ist eigentlich der Unterschied zwischen Chemie und Alchemie. Ich lerne das nie, deswegen. Synthesizer. Aber es stand irgendwas vom Synthesizer. The Platinum half piece and the synthesized is with a sacred white. New spiritual infused substance is born. The path you are walking is ever so dangerous. However, if you don't want the secret... Sacred? Sacred, nicht secret. White to be fooled by blood, then you should give up the grand process here. Wir probieren's. Was kommt raus? White Godstone. Gut. Es ist also soweit richtig. Und jetzt... müssen wir... laut meinen Notizen... Wie gesagt, das ist die 50-50-Chance, weil meine Notizen nicht 100 pro Stimmen müssen. Weil ich mir das auch so schwammig immer aufschreibe, weil ich so doof bin. Wie gesagt, ich hab mich zumindest da gespoilert, weil ich das nicht tausendmal machen will. Weiterhin bin ich nicht bespoilert. Hab keinen Schimmer, wie es weitergeht. So. Wo sind wir jetzt? Ah, genau. Oh, tschüss. Äh. Nein, ich hab die falsche Taste gedrückt. Mit deinem mädwürdigen Akzent. Was ist denn das? Fällt er da nochmal drauf rein, oder wird das nix? Wenn wir ihn nochmal durch das Loch schicken. Ich weiß es nicht. Ob das nochmal klappen wird. Erst muss ich mich mit einem dämlichen Fernseher rumschlagen. Und jetzt laufen wir mitten in Riccardo rein. Läuft heute. Der Tag ist super. Ich hätte es schon vor einer Stunde aufnehmen können. So, wo müssen wir hin? Unten wieder. Riccardo, gibst du jetzt Ruhe? Gut gemacht. Wir gehen jetzt andersrum, damit wir hoffentlich nicht in Riccardo reinlaufen. Laufen jetzt einen Moment langsam. In der Hoffnung. Er ist weitergezogen. Und hört uns eventuell nicht. Ein Saftsack. So, komm. Jui, komm. Keine Zeit dafür. Wir müssen... Wir müssen... Ich weiß nicht ganz wohin. Also, ich weiß schon wohin, aber ich weiß nicht, wie ich dorthin komme. Mal wieder. Hier vielleicht? Da geht's nur hoch, oder nicht? Nein. Was brauchten wir nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Wie toll ich mir das doch alles merken kann. Ah, wir sind richtig. Oder auch nicht? Doch, so sind wir. Da hinten ist Chui. Hier müssen wir hin. So, wenn's jetzt falsch ist, ist falsch. Dann ist es so. Transmuter. Irgendwas mit nem Vollidioten. Vollidioten. White Godstone. Wenn's falsch ist, ist es falsch. Wie gesagt. Was kommt raus? Red Godstone. Ich hoffe, dass es jetzt richtig ist. Chui! Ich dachte eher, Riccardo kommt. Kommt Riccardo jetzt? Komm. Wenn er nicht kommt, gehen wir. Wir müssen jetzt zur Stadt. Chui, was machst du da? Und zwar hier hin. Wir speichern vorher. In einen Speicher, wo wir noch nicht waren. Wenn ich denn die richtige Taste drücke. So, und du brauchst jetzt den Godstone. Richtig? Ich hoffe, den richtigen. Den purpurroten. Ist das richtig? Es öffnet sich. Ja, es öffnet sich. Wir sind richtig. Entschuldigung. Müssen wir den nochmal mitnehmen? Ach, okay. Dann nehmen wir den nochmal mit. Ja, wir haben ihn. So, Chui. Komm. Wir speichern noch einmal. Oh, Gott. Das ist riesig hier. Und nun? Da können wir nichts machen. Was ist das? Forest Map. Nein. Forest Map. Okay. Ja, das kann ja heute werden. Chui. Und du hast ja da jetzt gesehen, gerochen, wie auch immer. Habe ich mich erschrocken. Na toll, haben wir einen Streifen da vor uns. Nicht jeder. Ist das wie bei Google Maps? Ja, ihm zu rufen bringt nichts, Fiona. Oh, was war das? Chicken Jacky. Wir haben jetzt ganz viel Chicken Jacky für später. Medaillons. Wir haben nur so unendlich viele Medaillons, glaube ich. Richtig? Das war richtig. Sieben Magnesia. Acht Medaillons. Magnesia können wir übrigens auch zum Heilen benutzen. Nein, können wir nicht. Nicht vertan. Können wir nicht. Was ist das eigentlich? Eine Sonne-Nur. Können wir es denn auch zum Speichern benutzen? Die Sonnenuhr? Wäre witzig, wenn. Wenn ich denn die richtige Taste drücke. Yes. Please. Einmal speichern. Wir können ja speichern. Cool. Chaos. Forest. Okay. Scheiße. Okay. 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 Wo muss ich jetzt hin? Dort, wo das X ist? Oder war das der Speicher? Ich weiß es nicht. Oh. Chewie? Wo bist du? Wir haben ihn doch gerade gehört. War das nicht Chewie? Okay. Ein Rabe. Ist zu weit weg. Man ist mir so untypisch für einen Wald. Ich habe Sorge, dass ich dann irgendwas... hervorbringe, was ich gar nicht will, wie zum Beispiel mein Lieblingsende. Wir haben zwar gespeichert vorher, aber ich will das nicht nochmal machen. So, wir hatten... So, wir hatten... ...Hierwe dort gehört. Ja, wir hören ihn. Noch eine Medaillierung. Da ist er! Wir haben ihn tatsächlich gefunden. Ich kenne den Weg nicht. Ich habe mich jetzt nur... ...von den Tönen leiten lassen. Und wo muss ich dann hin? Ähm... Okay. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich laufe einfach... Ja? Ich weiß nicht, ob wir ihn hier zurücklassen müssen. Da ist ja eine Brücke. Ich weiß nicht, ob ich zur Brücke muss, oder? Ich bin einmal im Kreis gegangen. Richtig. Sag nicht, der Weg war so einfach. Doch, ich bin im Kreis gegangen. Okay. Aber wir sind Riccardo los. Das ist doch mal was. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da ist Chiri. Und ich weiß nicht, wo Riccardo ist. Ich bin mir hier auf alles gefasst. Müssen wir vielleicht zu der Brücke? Über die Brücke? Eventuell? Ich möchte jetzt gerne nochmal speichern, eigentlich. Wir gehen mal zur Brücke. Ich habe keinen Schirm, ob das richtig ist. Wenn das falsch ist, dann gehen wir nochmal zurück und speichern. Cado findet uns einfach nicht. Was ich mega witzig finde. Ein See, glaube ich. Sieht zumindest so aus. Und da ist ein... Turm in der Mitte. Irgendwas bewegt sich im Wasser. Das gibt uns... Gibt mir... So... Großes Seemonster bei Half-Life 1 Vibes. So, wo muss ich jetzt hin? Der Wald ist eindeutig zu groß. Das ist ein Verstück. Okay. Ich habe keinen Schimmer, wo ich bin. Muss ich vielleicht dort oben? Nee, das ist doch wieder Ding. Muss ich da unten? Okay. Ach, da kann ich auch her. Okay. Na. Wo bin ich jetzt? Was ist das? Trotz vom Walde komme ich hier. Ich muss euch sagen, ich habe keinen Schimmer, wo ich bin. Dann bin ich da. Okay. Ah, das ist aber richtig. Okay. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Why are you doing this? What did I do? You inherited your father's Azoth. That is what you did. What Azoth? I don't even know what that is. That Azoth belongs to us, Fiona. Don't you see? You are our child. Stop! I am not your child. I know exactly who my parents are. Fiona, we are, or rather I am, knowledge. I hold invaluable information from the dawn of time. I am a great alchemist. I will not die. I am Oriola's belly and I... Look at me, Fiona. Look. Look. What? Just like your father, Ugo. Daddy. We are clones. We are clones. We are clones. Bye-bye. 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 Ah! Ugo is no more. I am the original. With that, Azoth, I will finally be complete. You are about to give birth to me all over again. Grandios. Nicht. Na, wenigstens hat das funktioniert. Na, wenigstens etwas. Wenigstens hat das funktioniert. Wenn ich jetzt mein Lieblingsende gekriegt hätte, wäre ich, glaube ich, ein klein wenig ausgerastet. Es war mein Lieblingsende, aber trotzdem. So. Wir haben jetzt nur noch das Hemd an. Und ich will gar nicht wissen, warum. Tower Map. Ah, wir sind wirklich in der Tower. Folded Memo. Und ein Speicher, bitte. Ich werde das jetzt noch nicht vorlesen. Das mache ich später. Komm nicht an den Schlüssel dran. Bitte. Komm, wir haben dir das Leben gerettet. Ja. Ja. Dankeschön. Ähm, Katze? Okay. Okay. There you are, boy. Oh, Huey. Thank you, Huey. So. Können wir den Schlüssel nochmal mitnehmen? Nein. Weinflaschen. Hat der auf ein Rendezvous mit mir gehofft, oder was? Ah, da ist was. Jackie. Huey, wo bist du? Ich habe keine Schuhe mehr an. Aber es ging doch anders. Es ging doch, sie hat nur noch Schuhe an. Entschuldigung. Entschuldigung. Gut gemacht. So, jetzt müssen wir nur noch speichern. Mit diesem verkackten Abend. Moment, der ist so gar nicht gelaufen. Ja, komm. Wo sind wir? Ah. Eine Cutscene. Gut oder schlecht? Nein. Scheiße. Was ist das denn? Hi. Was ist los mit dir? Ja, wir sehen es an dir. Ach, er... Ah, ah, ah. You are mine. I own you. You are mine. I own you. I own you. Hahaha. Keiner besitzt mich. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Huey! Hahaha. Ich hab keinen schlimmer ruhigemus. Ich hab keinen schlimmer ruhigemus. Ich hab keinen schlimmer ruhigemus. Wenn der dann gleich weg ist. Wenn der dann gleich weg ist. Können wir speichern. Ich hab einen Speicher gesehen. Du bist blöd, Ricardo. Und siehst lustig aus, wenn du unsichtbar bist. So. Lass mich jetzt bitte speichern. Und dann machen wir das nächste Mal weiter. Ich hab jetzt hoffentlich genug für wenigstens zwei Folgen aufgenommen. Tick. Tack. Da hören wir die Ohre schon. Uhre. Yes, please. So, goldemitte. Gut. Wir haben viel länger gebraut. Also, es ist viel länger an der Zeit, als wir eigentlich gebraut haben. Weil wir öfter weg mussten. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.